Zum ersten Mal in seiner 30-jährigen Geschichte findet die Biogas-Convention jetzt virtuell statt. Das ist auf der einen Seite sehr schade, denn neben den hervorragenden Vorträgen und der einzigartigen Leistungsschau sind natürlich das persönliche Gespräch und der Erfahrungsaustausch ganz wesentliche Aspekte der Tagung. Auf der anderen Seite birgt ein digitales Treffen aber durchaus auch Vorteile. Die Teilnahme ist überall möglich. Vom Laptop, Tablet oder Handy. Und das zu jeder Zeit, denn alle Beiträge werden aufgezeichnet. Und auf den persönlichen Austausch muss auch keiner verzichten. Ihr könnt euch im Rahmen der Convention untereinander vernetzen und Termine ausmachen. Die Themen sind eh wie immer top aktuell und super interessant. Von Biomethan über Post-EEG und Innovationen bis Bioabfall und technische Anforderungen. Und natürlich wird auch und gerade in diesem Jahr die politische Diskussionsrunde nicht fehlen. Ich freue mich ganz speziell auf die 30. Biogas-Convention von 16. bis 20. November. Denn für mich ist es dieses Jahr zum ersten Mal möglich, daran teilzunehmen. Trotz Rodelsaison. Wir sehen uns.